Bro, bei Zebra ist oft eins. Ne, ist ja auch Quatsch, Digga, scheiß ich bei Zebra Schubschild. Da muss man ja die ganze Schäden bleiben, das macht ja gar keinen Sinn. Sportbank. Porsche, Bro. Bro, da ist sogar Fenster offen. Was? Digga. Bro, da ist Fenster offen. Und im Parkverbot, das zählt doppelt. W. Digga. Heilige Scheiße. Bro, wer lässt den verfickten Porsche da stehen? Bro, guck mal. Soll ich den Schäden reizen? Fieger! Ist auf! Komm rein! Digga, dein Ernst? Da wird man ja nicht aufgebrochen oder so. Oh, ja. Warte. Darf man mal mit dem Ründchen fahren? Ja, aus dem Halteverbot. Ich park das in das Parkhaus rein, Jungs. Wir machen mal den Brot euch an. Ja, das ist schon mal gefahren, sowas. Ja, ja. Dann stelle ich mich lieber an. Ja, okay. Ja, okay. Es könnte sein, okay. Es könnte sein, dass das Auto vielleicht vom Mr. X ist. Und ich das gerade nicht klaue. Zwisch bitte band mich nicht. Aber wenn wir jetzt fahren, dann müsste ich ja einen Stop-Shit eigentlich finden. Oder nicht? Ja. Ja. Okay, ich hau jetzt mal aufs Gas, glaube ich. Wenn da grün ist. Alter, das ist wichtiger! Digga, nochmal wichtiger! Du bist einfach nur wichtiger, wie er schreit! Junge! Heiz, Maul, Alter, ich trinke nochmal, ah ne, hier nicht vielleicht. Direkt hier an der Blütsai, seltsam. Ja, voll gar ne Idee. Bro, das ist so krank! Boah! Digga! Ja, holy shit, ich fahr Porsche Jungs, checkt ihr das? Kannst du mit Schaltwippen schalten? Ja, damit kann man schalten, ja. Du kannst auch Sport Plus. Ach stimmt, stimmt, stimmt. Warte, ich kann, ich Spoiler hochfahren hier. Wir haben den Spoiler, okay, jetzt alles an. Wo kann man hier schnell fahren? Warte, ich mach nochmal. Okay, ich muss, ich will, dass der so... Fuck, ich geh nach rechts. Scheiß noch. Bro, das ist ein Bild für die Götter, dass ich gerade Porsche fahr. Wo sind die Eater jetzt? Wo sind sie? Weg! Komm in die Gruppe. Ich weiß nicht, fahr ich hier gerade für eine Autobahn? Weißt du das? Äh, hier gerade nicht. Du musst irgendwo ein Stopp-Shit sein, Digga. Wir suchen jetzt einfach... Oder ich fahr gerade auf Gegenfahrbahn, ne? Nein, 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 das war schon richtig. Boah, Digga. Digga, ich hab Angst, dass ich das ficke. Wo muss ich... Mann, ich glaub jetzt hier hoch ist dumm, ne? Ich geh nach links, oder? Stopp! Stopp-Shit! Oh mein Gott! Stopp-Shit! Katsugi! Okay, was brauchen wir jetzt noch? Okay, Stopp-Shit haben wir. Weil es kann sein, dass Autofokus war, aber das ist... Bist du angestellt? Ja, klar. Boah, ich hab hier richtig Angst, hochzufahren. Nee, ganz hoch, ganz hoch, ganz hoch. Tesla? Hier war das, wo der den Hund... Ja, ja. Aber deswegen, ja, die Straße war überarscht. Ja, ja. Oder, dass ich Porsche fahre on-stream, das ist kranke Scheiße, Jungs. Wirklich, Alter, das ist... Digga. Haben wir jetzt alles? Nee, nee, nee. Was fehlt? Äh... Ja, zählt dieser Straßentyp? Hat der gezählt? Ja, ist safe. Ja? Ja, Straßentyp ist ja safe, Musiker ist ein Künstler. Also, wenn der zählt, wüsste ich grad nicht, was uns noch fehlt. Haben wir alles, Jungs? Ja, einig seid Richtige. Ja, nee, ich find die schon sehr gut. Okay, wir haben alles dann, glaub ich. Ja, dann ab in den Sonnenuntergang, würd ich sagen. Ja? Dann fahr ich wieder runter, oder wie? Sagen wir den anderen Treffen in der Villa? Nee, Bro, nee, nee, wir treffen schon hier. Ich hab so krank Angst, hier irgendwas aufzusetzen. Boah, guckt euch, man, diese Straße hier ist so arsch. Und jetzt auf die Turbe wieder, hoppada, hopp, joi, 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 joi. Digga. Weißt du, was das für ein Auto ist? Ja. Wie heißt das? 7.18 Cayman GTS. Porsche Cayman GTS? Ja. 7.80 oder so? 7.18. Das ist so geil. Okay, ich muss zugeben, ich checke jetzt, was die alle meinten. Oh, hast du das gehört? Ja, das war der Kulli. Ach so. Das wär das Knallen da. Weißt du, wie man knallen lässt? Ich weiß das, ja. Aber hier geht das halt schlecht gerade. Es geht hier sogar ziemlich gut. Ja? Stimmt, du hast recht. Warte mal. Also mit den Wippen dann, ne? Ja, ja. Ja, Bruder, ich hab hier zu Kurve gerade. Kurve? Bruder, soll ich hier runter irgendwie wieder? Boah, die ziehen 180 Drift da und dann wieder rückwärts. Ich mach gar nix. Okay, ich hab gesagt ehrlich, ich hab jetzt kurz geglaubt, dass ich das Auto klaue. Habt ihr es kurz geglaubt, aber das war nämlich das, was wir eigentlich machen wollten. Ja, boah, geil, okay, geil, 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 das ist abgesprochen natürlich, ne? Ich hab das Auto nicht geklaut, Twitch, haha, bitte, bitte mich nicht ficken. Das, äh... Wäre das Diebstahl so richtig, wenn man das so, wenn das so offen ist? Safe. Obwohl, ich hab mal gehört, dass es nicht so sein soll. Alter, ich hab so Angst, hier anzudodgen. Bist du manuell gerade? Äh, ne. Warte, ich lass die kurz durch. Willst du mit Navi zurückfahren? Äh... Geht das? Ist da eine Halterung? Dann nehm ich das andere Handy. Was ist das für Porsche? Porsche Cayman? Das ist hier Dingshalterung. Ah, shit. Porsche Cayman GTS? Irgendwie sowas? 718 Cayman GTS. Bin ich auf Sport Plus? Doch, hier ist es, hier ist es. Ah, okay, check. Äh, was muss ich eingeben? Äh... Anadia Shopping. Zentro, bla bla bla, das? Yeah. Porsche Cayman S. Porsche Cayman S, die Jungs, kommt hier in die Gruppe. Ja, willst du eben eine Ansage machen? Äh, was denn? Eben als Clip? Dann können wir das auf YouTube Werbung schalten. Nee. Soll ich teilweise posieren, weil alles fertig ist? Nee, lass die ruhig noch weiter suchen. Ich muss jetzt leider mit meinem Porsche fahren, das geht gerade nicht. Geht das gar nicht, Bro. Ist doch ein Rucksack drin gewesen. Digga, hier, was? Guck mal, hier ist doch, warte ich... Oh Gott. Also ich chill kurz hier. Bruder, hier ist so ein Minecraft Rucksack. Okay. Guck mal, was drin ist. Okay, da ist irgendwas da drin. Hier ist eine Fackel drin. Kann ich das ausmachen? Ich glaub nicht, das ist einfach eine Fackel. Okay, W, Fackel. Was haben wir noch? Was? Oh, ne Cam! Was? Oh mein Gott! Wollen wir die anschließen? Aber ist die... Nee, das ist die, die du jetzt fällst. Digga, die ist direkt schon an. Oh mein Gott, die ist sogar vollgeladen. Die ist nämlich weitwinkliger. Sollen wir das switchen? Ja? Kann man das easy machen? Ja. Ja, okay, dann mach. Oder? Ja, warte. Ich glaub, die ist aber auch nicht... Die ist nicht so krass, ne? Die hab ich als Facecam halt. Weiß nicht. Ich find die krass, aber die ist halt weitwinkliger. Für jetzt, wenn wir Auto fahren kurz. Mit Porsche. Ja. What? Wie ist die denn da hingekommen? Nein, ich hab den nicht hier reingemacht. Ich hab keine Ahnung, was hier drin ist. Das ist nicht vorbereitet von mir. Zieh mal das Kabel raus. Das ist Mr. X. Kleiner Fun-Fact. Das Auto, was wir hier gerade fahren, ist das einzige, was existiert auf dieser Insel. Also das ist der einzige Porsche Cayman GTS, so wie der hier ist, auf der Insel hier. Also wir sind gerade keine Versager, wir sind ein verfickter Macher gerade. Okay. Aber die hören uns schon mit den Mikes hier, ne? Ja. Okay. Wo hast du da? Oh mein Gott, Bruder. Bruder, kann ich da runterfahren? Ja. Du fährst ja flach so runter. Ja, aber wenn es dann wieder ... Oh Bruder, ich hab Angst. Oh mein Gott, Bro. Film. Digga, hier geht es richtig schnell runter jetzt. Ich hab so Angst, hier zu ficken. Bro, ist das nicht die Straße, wo ich mich komplett gefickt hab? Nee, nee, die war vorher. Könnte ich hier rein, würde ich dieses Knacken machen? Checkst du, was ich meine? Bist du sportlos? Äh, nee. Jetzt. Dieses Knacken. Wie heißt das denn? Äh, ich glaub Fehlzündung sind das. Was? Fehlzündung. Fehlzündung. Ja. Was ist denn das für ein Scheißname? Was war das? Hast du es gehört? Du bist über den Busch gefahren. Ja, auch einfach links überholt. Ja. Was ist? Oh Gott, ich hab so Angst, Bruder. Okay, jetzt übertreibst du mich. Nein, nein, nein. Bruder, halt deine Fresse. Bro, wenn ich den aufsetze, bin ich gefickt. Boah, guck mal, die Sicht, Alter. Leben. Mit Porsche, Digga, wir sind mitten in einem Bingo. Fehlzündung, wichtiger Warten, Digga. W-Tag heute. Guck, der macht Platz für uns, weil wir Porsche haben. Danke. Ich fühl mich grad wie Präsident. Boah. Ich kann null einschätzen, wann ich aufsetze oder nicht. Du hast grad nur Google Maps für dich. Ich fahr einfach jetzt mal in die Straße runter. Mann, ich wollte aber nochmal schnell fahren. Kann ich irgendwo nochmal schnell fahren auf Quick? Nee. Jetzt hier? Ja, Bruder. Boah. Digga. Ich seh nix. Mann, wir haben das Auto gar nicht richtig benutzt, Alter. Ich muss mal so richtig reinballern. Oh Gott, Digga, hier hab ich jetzt so geschiss. Oioioioioi. Guck auf den Spiegel da oben. Wo? Da ist ein Spiegel. Wegen der Leute von dort. Hab ich aufgesetzt? Ah, warte, ich muss... Sorry. Digga, ich fahr wie nen Bastard. Oh mein Gott, ich fahr wie nur in so nen... Digga. Wie dachte sich auch so, Digga. Er hat Porsche und fährt so... Digga, scheiße. Ein Ding zum Jallern. Ich hab so Angst, Digga, ich hab zu viel Respekt. Aber es ist auch gut. Ja. Ich drehe bei jedem Schlagloch. Ich geh auf 10 km runter. Einfach erstmal der Straße folgen. Noch neun Minuten? Steht da echt noch neun Minuten? Nein, Gott. Ach so, das Bingo wahrscheinlich. Ja, ist eh durch, Jungs. Wir haben alles. Ach so, ja, wir haben eine Sache so... Oh, da ist ein Vogel. Geh weg, bitte. Geh weg. Warte, ich verscheuchte... Ah, okay. Komm so. Digga, ich seh legit nix. Oh mein Gott. Oh, hier kurz? Oh, kurz flexen bei denen. Oh nee, das ist ne Hoden. Oh nein, das weiß ich nicht. Sorry. Oh, jetzt ab. Oh nee, ich seh nix. Mann, die scheiß Sonne. Fucked ab. Einfach nur geradeaus, ne? Geradeaus und Kreisel erste Ausfahrt. W. Danke Google Maps. Du hast mein Mainhandy, ne? Ja. Oh nee. Wo ist Polizei? Soll ich mal bei der roten Antel so flexen? Ja, da ist die Polizeiwache gleich im Weg. Ja hä, aber flexen darf man doch, oder? Ach so. In Deutschland nicht. Echt nicht? Nein. Scheiße, ich flex jetzt. Mir egal. Also was genau ist denn verboten da? Ja, weil das... Ich flex, ich flex. Ich trau mich nicht mehr zu machen. Ich mach einfach richtig viel jetzt. Und dann richtig in den e-tron rein. Ich trau mich jetzt gerade nicht. Ich warte dann doch vielleicht, bis wir ein bisschen weiter weg sind. Ich hab überhaupt nicht ganz durchgedrückt, ne? Jetzt links. Da, ne? Hier links, ja. Ich drück mal jetzt durch. Da ist die Polizei. Ja, passt schon. Sie feiern das auf. Okay, jetzt flex ich einmal richtig fett. Obwohl, das ist so cringe. Digga, wir... Was? Ist cringe, ne? Ja, ja. Ich will trotzdem, ich will gucken, wie sich das anhört. Ich hab noch nie ganz durchgedrückt. Ah komm, hier ist rot. Oh nein, wie schade. Okay, das ist cringe. Digga, hier sind so viele Leute. Ich mach's aber. Ich mach Fenster zu. Und warum bist du rückwärts gegangen? Hä? Achso, ne, ich bin nicht rückwärts, ich bin neutral. Ah ne, ich muss ja Fenster auflassen, dich Vollidiot. Ich mach Fenster zurück. Nein, ich trau mich nicht, hier sind so viele Leute. Oh Mann, ich mach da hinten. Aber er wird nicht rot sein. Kann ich einmal machen? Ach Digga, scheiße, ich muss... Porn. Du wolltest grad schalten am Wind, äh, am Schweinwischer. Hä? Echt? Ja, Bruder wegen Tesla. Ich mach jetzt, ich mach jetzt, ich mach jetzt. Ich mach jetzt. Boah, Digga. Okay, wohin ist? Soll ich einfach wieder dahin parken? Scheißel und da Richtung Ding. Ja, da jetzt vielleicht nicht direkt hin. Ja, aber wo dann? Park ihn doch ins Parkhaus. Nein, auf gar keinen Fall. Dann fahr ich mit dem. Das war der Deckel, oder? Das war der Gulli, ja. Auf gar keinen Fall geh ich damit ins Parkhaus. Wieso? Nee, Digga, ich hab da zu viel Angst, dass ich den schramme irgendwo. Also du willst den jetzt ins Halteparot stellen? Ich park den dahin einfach. Okay. Ich glaub schon. Und die Kamera wieder switchen oder wenn wir auf der bleiben? Hm. Was meinst du? Ich glaub, ich find die andere besser. Ich hab nicht gesehen, wie es jetzt aussieht, aber ich kenn die halt. Wie fandet ihr die Porsche-Fahrt, Jungs? War geil, war geil die Überraschung oder nicht? Also ey, Überraschung, Überraschung war es nicht, weil ich hab glaub ich schon geteased so auf Whatsapp, in der Whatsapp-Gruppe. Vielleicht habt ihr alle vergessen, ich hab keine Ahnung. Fahr mal weiter ran. Ja? Oh Gott, da ist Polizei, Bro. Ja, im Fall woanders hin, im Fall woanders hin. Ich tu so, als würde ich irgendwas machen. Der guckt auch ganz zassen. Okay, ich tu so, als würde ich irgendwas machen. Wie scheiße das ist, dass der da hockt. Der überscheißt, oh what the fuck, wo soll ich denn jetzt parken? Bro, ich pack den nicht in dieses Parkhaus rein. Oder? Wieso nicht? Ich mach das jetzt. Aber du? Nee, ich kann jetzt eh nicht rein, oder? Ich pack den jetzt in dieses Parkhaus rein. Nee, nein, das kann ich nicht machen. Nee, ich mach das nicht. Retail, ich mach das nicht. Was? Kannst du einfach absteigen. Ich, ich, wo? Da, wo wir grad waren? Ja. Hey, ich check's halt nicht. Also ich kann da halt parken jetzt. Guck mal, da wo der jetzt gerade reingefahren ist, ob du da irgendwo kurz halten kannst. Anzeigenhauptmeister, der kann mir die Eier lecken, Alter. Da, oder? Da, stell dich da zum Laden. Ist jetzt Taikan geworden. Hier, ne? Ja, ja, da. Ja, okay. Ja, good call. Stuttgart, die gucken alle. Digga. Ich bin gestern den Test gefahren, da bin ich weiß, wie das Auto funktioniert. Digga, alle haben geguckt, Bro. Das ist so krank, wie jeder guckt. Ja, das war die Porsche-Fahrt, Jungs. Digga, guckt euch dieses... Boah, das sieht schon sexy aus, Alter. Alter, what the fuck, man. Vielleicht hol ich mir bald nen Porsche. Digga, das war geil, Mann. Und dann... ...